Ach, ich werde hier schon wieder angegriffen. Von den Piraten, die machen wir mal schnell platt. Och ne. Da haben sie uns auch angegriffen. Und das Schiff geht jetzt auch kaputt. Jungs, könnt ihr mal vielleicht angreifen. Das nervt echt voll. Dass jetzt gerade die Piraten uns da einen Strich durch die Rechnung machen. Och man. Och nö. Das muss jetzt echt nicht sein. So, ihr kommt alle nacheinander dran. Komm mal hier rüber. Alter, hör auf. Hör auf. Hast du dich gleich weiter reparieren lassen. So, du auch. Und du auch die weiße Flagge hissen. Ach, scheiß Piraten. Scheiße. Okay. So. Gut. Du wolltest repariert. Du hast nicht mehr Kanonen, du Vogel. Okay. 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 Wo ist die dir gleich mal noch ab? Das euch da nichts passiert. Nicht, dass das wieder so blöd ist, wie gerade eben. So, kannst du herkommen und gleich mit dir weiße Flagge hissen. Und dann ist, ah, du bist repariert. Check. Du kannst auch die weiße Flache hissen. Und dann bauen wir hier nochmal ein Schiffchen. Aber doch kein Handelsschiff. Sie fix. Kriegsschiffe. So. Und dann haben wir hier nämlich auch genug. Wie heißt's? Äh, was haben wir denn genug? Ach so, Alkohol und Tabak. Sehr gut. Das ist wunderbar, weil die sind jetzt glücklich, können sich weiterentwickeln, kriegen alle ihr Zeug und jetzt sind wir schon wieder so positiv in der Bilanz. Das wird aber echt Zeit auch. Okay. Ich frage mich nur, ich habe irgendwie kein so ein rechtes Ziel. Äh, bei der Mission. Eure Flotte ist um ein stolzes Schiff reicher. Weil irgendwie... Ein Brand vernichtet eure Häuser. Ja, ja, du bist doch so eine Feuerwehr, ist doch alles super. Weil irgendwie, was heißt das genau, dass wir aus seiner Regentschaft kommen? Ich meine, dem geht's echt dreckig hier. Muss ich da echt mit Truppen kommen und ihm nochmal ein bisschen was zerbomben? Dann müsste ich jetzt nämlich langsam mal anfangen, eine Burg zu bauen. Die Frage ist, was kann diese Burg? Ja, Bomber hat mal Kanoniere. So, du kannst dann auch mal eine Flagge... Der Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Ja, ja, die machen die eklig wieder platt. Wir lassen dich jetzt gar nicht so weit vorkommen, sondern werden mit diesem Paar... Nein, 1, 2, 3... Ah, 4 waren das jetzt nicht gut. Ach, Mist. 1, 2, 3... Okay, 8 Tonnen Kanonen. So, kommen sie mal mit. Okay, wir legen euch jetzt wieder auf 9. Und dann geht's los. Hat der hier überhaupt eine Kanonengließerei auf der Insel? Nein, doch hat er da hinten. Verdammt. Wir müssen ihm irgendwie... Ich glaube, wenn wir ihn das Schloss zerstören, das wird ihm schon arg auf den Zeiger gehen. Das wäre eigentlich ganz nett. Das kannst du auch vergessen. So, wir machen sein Ding kaputt. So, erstmal sein Handelsschiff hier. Das machen wir hier kaputt. Genauso wie dieses. Und dann zerstören wir mal sein Kontor. So. Okay. Dann machen wir uns wieder weiter an der Werft zu schaffen. So, was wird hier angegriffen? Ach, ich werde angegriffen. Nicht sehr gut. Ach so, 9. Machen wir mal den. 9. 9. Angreifen. Den Turm. Okay, sehr gut. So, dann gehen wir uns mal reparieren, Freunde. Ja, ja, ihr kriegt alle wieder... Werdet alle wieder repariert. Keine Angst. Neue Einheiten sind bereit. Und dann nehmen wir nämlich noch Kanonierimits. Okay, ihr seid die Ersten. Bei euch geht es wahrscheinlich am schnellsten. Schiffsreparatur beendet. So, wie sieht es bei dir aus? Ein Schiff wurde repariert. Check. Dann kommst du dran. Ach, das passt schon. Okay, dann du noch. Du hießt auch deine weiße Flagge. Sieht da so aus. Huh, Stoffe geht runter. Wieso eigentlich? Ah, ich weiß warum. Weil unser Schiff versenkt wurde. So, dann lass du dich auch mal hier reparieren. Okay, wo laden wir die am besten auf? Ja, schon hier. So, guck mal hier her. So, reichen drei Kanoniere. Können's ja mal probieren. Wir müssen nur schauen, dass wir sie von den Türmen fernhalten. Okay. Äh, bauen wir mal hier noch ein schnell neues. Okay. Und ihr kommt jetzt hier her. Und gesellt euch auf dieses Schiff. Okay. Gut. Und das legen wir auf eins. Ist das jetzt auf eins und auf neun? Nein, natürlich nicht. Aber das ist gar nicht schlimm. So, dann fahren wir wieder zu Rot. Der mittlerweile wieder eine Werft gebaut hat. Aber wenigstens immerhin noch keine Schiffe hat. So, warte mal. Wie machen wir das jetzt? Wenn wir da hinten die Türme zerstören, können wir hier hinten landen. Und vielleicht den Turm hier kaputt machen. Und dann könnten wir hier nämlich schon viel abräumen. Ja, das probieren wir mal. Hoppala. Kommt mal alle mit hier. Wir fahren nicht zu nah an ihm vorbei. Okay. Ja, das ist mir bewusst. Und deswegen werde ich jetzt hier eine Handlungsroute anlegen. So. Damit ihr hier nichts mehr zu meckern habt. Ins Kontoladen. Und los geht's. So, okay. Ihr kommt jetzt mal mit. Und greift mal diesen Turm an. Und dann diesen Turm. Und dann diesen Turm. So, welches ist mein Landungsschiff? Das hier. So, und den machen wir jetzt auch noch schnell platt. Den Turm. So, und dann bereiten wir uns hier auf die Landung vor. Okay. Und wie findest du das, wenn wir dein Schloss kaputt machen? Hübsch, oder? Okay, der Turm hat noch nicht so viel abgekriegt. Kann man den von hier aus zerstören? Nee, gell? So, jetzt machen wir schnell noch die Werft kaputt hier wieder. Und dann werden wir schauen. Und dann werden wir schauen. So, wir brauchen dich gerade nicht. Wir sind im Krieg. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. So, ich danke. Ich danke. Ich danke. Ich danke. Ich danke. zurück kommt zurück haben ist es nicht ihr zwei bleibt mal schnell hier und ihr kümmert euch um den turm du nicht und um den turm den kriegt er noch den krieg noch in a da steht noch ein turm noch mal aber den krieg der session hoffentlich baut er nicht noch schnellen turm hin der war knapp ok und jetzt geht es nach hause freunde zum reparieren das krieg für den anruf ist echt so eine sache nicht doch dieses schiff das will doch keine sau und ja das problem ist wir brauchen kanonen müssen wir einkaufen und zwar bauen wir nämlich kaufen wir erz jetzt ein und machen daraus eisen so jetzt nehmen wir mal erzschmelze gut bauen die mal wieder hier her und werden dann eisen einkaufen hier ist jetzt schon alle arke mit leidenschaft gezogen worden so wie sieht es zu dir aus dass du bist auch nicht mehr ganz fit so dann kommst du dran diesmal zum glück kein schiff verloren was schon ganz gut ist für den anfang ein schiff wurde repariert dann kommst du dran du bist dann der nächste schiffsreparatur beendet und du bist der letzte und dann packe ich euch alle hier mit soldaten voll ein schiff wurde repariert ein schiff wurde repariert okay kommst du auch hier her und dann kommst du hier noch her okay unsere bilanz ist schon episch so dann machen wir jetzt mal hier einen baustopp die futtern dann sonst viel zu viel zeug weg können wir locker hier ein bisschen her bauen und dann bauen wir hier nämlich auch wieder kanonen es fehlt an tabak waren ja ist ja gut wieso fehlt es an tabak waren wo fehlt es denn bitte an tabak waren also hier mal ganz sicher nicht nein nein der Rest interessiert mich nicht echt nicht so falls Piraten vorbeikommen okay ja das ist hübsch so wo ist meine ach die steht hier die Einheit check und gleich nochmal eine so Kanonengießerei wie viele Kanonen haben wir eigentlich noch äh nicht mehr viele aber die Einheiten baut doch trotzdem äh warte seltsam wir haben so viel Geld schon schön hat ein neues Schiff gebaut neue Soldaten sind verfügbar schön sagt mein Konto genug Nahrung alles genug was wir brauchen perfekt das ist das ist das ist das ist Das ist es ist